Naja, wir haben das was wir haben möchten. Ventil drehen. Was kommt denn jetzt? Wie wollen wir das Ventil drehen? Ja, da oben ist natürlich eine Frostkugel. Okay, jetzt können wir die Kübel benutzen. Gar nicht mal so schlecht die Idee. Na, sieh morgens. Hallo, sieh morgens. So. Nach hinten. Und Zielmodus und... Gut. Da vorne ist noch eine Erinnerung. So. Au. Das war die Falsche. Hallo. Oh, das war auch die Falsche. Hier, hast du. Hallo. Das war... ... ... ... ... ... ... du bist auch weg das ist schon mal schön so die frage ist jetzt wie kommen wir da hin ich hoffe das metall wird nicht mehr heiß ach da oben sind wir rausgekommen ok das war wohl schon mal die falsche die erst mal hier die sachen mitnehmen dann was sagt die katze denn ich jetzt nämlich zusammen springt zur ersten öffnung dann zu nächsten springt zur ersten öffnung komm hoch mit dir dann zur zweiten dann eine uhrbombe dann haben wir hier das kleiner werden auch wenn ich nicht genau sehe wo ich hinlaufe ok soll ich die abschießen ich glaube wohl eher nicht soll ich es mal versuchen ok das nützt denn nichts schade sehr schade er weiß wo es weiter liegt aha ich sehe meine ins mit ohren 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 ja wieder ja so ich hier nächste öffnung schön oh hallo so jetzt die große frage kann ich meine waffen aufrüsten kann ich meine waffen aufrüsten ja 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 gut gut und was war das so richtig Da oben Okay, irgendwie schießt jetzt was schneller Oder habe ich nur so das Gefühl Warte mal Aha Gut Laufen wir mal hier rüber Dann würde ich sagen, wir fliegen da runter Ich dachte schon, ich wäre runtergefallen Gehen wir jetzt hier weiter Dann platzieren wir hier eine Uhrwerkbombe Und sprengen die Versackt uns der Liebe Sehr ratsamer Tipp Sehr ratsam Erstmal das Ventil öffnen So Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin Aber als erstes Oha Aua Okay, und jetzt Na? Was sagst du, du dumme Teetasse? Kannst du gar nicht gegen aussetzen, ne? Das ist eben eine Teetasse So Haben wir hier noch irgendwas? Da geht's wahrscheinlich weiter Dann hole ich mir als erstes Da oben die Erinnerung Oder eine Flasche Aua Wieso wollen immer so viele Mir Schaden zufügen Wieso wollen alle meine Rosenblätter haben? Meine Schönen Rosenblätter Ich weiß es nicht Du bist hier nicht willkommen Wir haben eine Mission zu erfüllen Und du bist ein unerträgliches Ärgernis Manche mögen es heiß Aber keiner mag es so heiß Wart mal Nein Nicht schon wieder Bitte Wieso nur Wartet mal Okay Ich würde sagen Hier ist eine super Stelle zum Aufführen Denn Ja Heute hat Deutschland gegen Brasilien gespielt Ihr werdet das wahrscheinlich Ein halbes Jahr nach der WM erst sehen Aber Ja Es ist Schon Gut halb zwei Deshalb würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Die Ratte hat ja Zeit Und Ja Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao